hi guten tag meine lieben freude da draußen ich wollte nur sagen dass jetzt ungefähr für knapp zwei wochen erst mal keine videos kommen weil wir schon gemerkt habt ich bin ein bisschen krank geschrieben und ja wenn es jetzt ernst ist bevor jetzt irgendjemand ausflippt bitte nicht es ist einfach ein ganz normaler ganz normaler virus infekt effekt was immer und ja ich wollte nicht einfach jetzt schweigend auf youtube sein und dann denken oh mein gott ist er tot dass die leute das denken aber ja ich lebe doch ich mache auch gerne weiter videos nur wie gesagt zwei wochen ja also jetzt ist heute der ich weiß gar nicht der wievielte und werde gleich im video unten sehen weil es hochgeladen ist was auch immer aber ja es sind jetzt erst mal zwei wochen dann keine videos mehr drin beziehungsweise noch anderthalb wochen weil haben wir jetzt schon mittwoch ja bitte verzeiht mir küssen auf euren kniekehlen steinigt mich nicht bitte und ja ich weiß nicht was ich noch sagen soll ist das jetzt dein scheiß ernst das live ist es ist dein ernst ist es nur ein video wo ich sage dass ich krank bin und deshalb keine videos kommen können jetzt raste dich aus meine fresse okay das reicht ich komme rüber zu dir genau das kommt dann bei heraus wenn ich versuche lustig zu sein genau deshalb mache ich aktuell mit der let's place